Cyberpeace, a campaign for peaceful internet, vom Forum Informatiker und Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Wir sind gespannt auf euren Vortrag. Ich denke, ihr stellt euch über Kreuz selber vor. Das geht schneller, als wenn ich euch lange vorstelle. Hallo, guten Abend, Dankeschön. Ja, wir möchten euch heute etwas über Cyberpeace, eine Kampagne des FIF erzählen. Der lange Name wurde eben schon mal gerade erwähnt. Mein Name ist Kai Notdurft. Ich bin Silvia Junik. Was soll es heute gemacht werden? Wir wollen uns erst mal ganz kurz vorstellen. Also wir heißt vor allem das FIF. Wir werden dann mal ein bisschen auf die Cyberpeace-Kampagne eingehen, was wir an Zielen dort haben, wie die Motivation ist, worauf wir das überhaupt machen. Und dann werden wir ein bisschen auf die konkreten Forderungen eingehen, die wir mit der ganzen Kampagne verfolgen. Und ja, die Strategie ganz kurz, das ist vielleicht nicht ganz so interessant bei einer politischen Partei. Und wir werden dann ein bisschen erzählen, was wir schon gemacht haben. Und vor allem, was wir als nächstes vorhaben und hoffen, dass wir noch ein paar Mitstreiter hier finden. Ja, das FIF ist ein kleiner Verein. Wir sind ungefähr 600 Mitglieder. Wir haben uns 1984 schon gegründet. Wir sind ein Kind der Friedensbewegung. Damals war das Pershing-II-Abkommen gerade in der Mache. Und man diskutierte darüber, ob es automatisiert geantwortet werden kann mit Waffen auf potenzielle Anschläge. Und dann haben irgendwelche Informatiker gesagt, nee, können wir nicht automatisiert machen. Die Maschinen sind nicht so gut und so sicher, dass sie ohne einen Menschen entscheiden können, ob jetzt ein Anschlag gerade stattgefunden hat oder ein Angriff stattfindet. Und dann, ja, wollte man das einreichen als Petition im Bundestag und wollte das in der GI damals machen, Gesellschaft für Informatik, und wollte das publizieren. Und dann hat die GI gesagt, nee, machen wir nicht. Wir haben so viele Rüstungssponsoren, können wir nicht machen. Das haben sie natürlich offiziell gesagt, aber das war der Grund, weswegen sie es da nicht rumgeschickt haben an die Mitglieder. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wenn ihr das nicht veröffentlicht, dann machen wir halt einen eigenen Verein und seitdem gibt es das FÜV. Ja, das Thema ist nach wie vor aktuell, hat sich ein bisschen verändert, aber eigentlich hat sich nichts geändert. Wie gesagt, ich bin Silber Junik, ich bin Mitglied des Vorstands und bin ansonsten selbstständige Beraterin für IT-Sicherheit. Und Kai darf nochmal selbst sagen, wer ist. Ja, also Kai Notdorff, ich bin auch Informatiker und ich arbeite in einem größeren deutschen Versicherungskonzern als Information Security Officer, also auch IT-Sicherheit. Ja, ganz kurz, wir wollen auf die Kampagne des FÜV eingehen, auf die Cyberpeace-Kampagne. Ihr seht unser tolles Logo, das hat eine Bekannte von uns entworfen, die ist eine Grabisch, kann man hier auch mal erwähnen, ist ein ganz tolles Logo. Und wir haben inzwischen auch ein paar Kampagnen Partner gewonnen. Die Stiftung Bridge unterstützt uns und fördert uns. Wer die kennt, die machen so ganz viele netzpolitische Projekte, dass die das mit fördern. Digital Courage hat schon sehr viel Geld von denen gekriegt, hier noch nicht so viel. Kampag ist dabei, die haben uns inzwischen auch Geld gegeben, auch dafür vielen Dank. Und wir haben einige Leute, die inhaltlich unsere Arbeit mit unterstützen, der Chaos Computer Club. Die haben auch Geld gegeben. Die haben auch Geld gegeben, naja, für die Tau. Oh, danke, gut, dass du es sagst, das habe ich vergessen. Die mit der HU arbeiten will sowieso sehr lange schon zusammen und auch mit dem Datenschutzverein mit der DVD. Ja. Ja, langfristige Ziele dieser Kampagne sind vor allen Dingen die Ächtung der Cyberkriegsführung und wir wollen die ausschließlich friedliche Nutzung von IT-Systemen und dem Internet. Wir wollen vor allen Dingen auch Schutz vom militärischen und politischen Missbrauch der IT, der ja gerade allumfassend stattfindet. Und die Unterpunkte dabei sind halt die Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität von informationstechnischen Systemen, die ja Unterbindung Menschenrechts oder verfassungswidriger Ausspähung in der Zivilgesellschaft und eine Abkehr von der Sicherheitsdoktrin, die alle Menschen unter Generalverdacht stellt. Kurzfristige Ziele sind, wir wollen Rüstungskontrollbestimmungen für offensive Cyberwaffen oder D-Waffen, wie man sie auch so schön nennen kann, weil es gibt ja ABC-Waffen schon, also gibt es jetzt digitale Waffen, sind dann die D-Waffen. Und von Überwachungstechnologie. Wir wollen einen nationalen Verzicht erreichen auf Entwicklung und Einsatz offensiver Cyberwaffen. Wir wollen also nicht, wie die Bundesregierung es vorhat, Schwachstellen aufzukaufen, um halt aktiv Cyberwaffen zu bauen, sondern wir sagen ganz klar, diese Art und Weise von Sicherheitspolitik ist Bullshit. Wir wollen vor allen Dingen deshalb eine Veröffentlichungspflicht von IT-Sicherheitsschwachstellen, insbesondere für staatliche Stellen und Unternehmen erwirken. Das heißt also, die Meldepflicht, die jetzt im IT-Sicherheitsgesetz gefordert wird, reicht nicht aus. Es muss nicht nur eine Meldepflicht geben, sondern es muss auch eine Veröffentlichungspflicht geben. Und wir wollen eine gesetzliche Verankerung von aufspielsicherer und menschenrechtsfreundlicher Kommunikationsstrukturen statt Scheinlösungen wie D-E-Mail. Gut, wir haben ja gesagt, wir wollen noch ein bisschen was zur Motivation sagen, das sind dann die Ziele. Wir sind der Meinung, dass der Cyberkrieg oder die Kriegsführung mit Computern, sagen wir mal so, dass die mehrere Bedrohungen darstellt, die sehr elementar sind für die Menschheit. Das eine Thema ist das, was wir mit dem Snowden-Skandal jetzt ganz brühramm auf den Tisch gekriegt haben letztes Jahr oder vorletztes Jahr, dass letztendlich eine Massenausspähung stattfindet. Und wir sagen, diese Massenausspähung ist letztendlich eine Vorstufe, weil die Cyberkriegsführung praktisch das braucht. Da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf. Die baut auf diese Überwachung und auf die Ausspähung, auf die Massenausspähung auf. Das zweite Thema ist, dass wir natürlich in einer Informationsgesellschaft leben und wir von einer funktionierenden IT abhängig sind. Wir haben jetzt hier auch so ein bisschen den Talk-kritische Infrastrukturen oder diesen Slot hier. Und das ist natürlich ein ganz besonders heißes Thema, wenn man sagt, das wird alles inzwischen mit Computern gesteuert. Und wir haben hier möglicherweise irgendwelche Cyberkrieger, die anfangen, sich da reinzuhacken und diese Sachen kaputt zu machen oder zu schwächen. Wenn man sich jetzt den Snowden-Skandal anguckt oder diese Sachen, die da rausgekommen sind, wir reden hier davon, dass Kryptoverfahren geschwächt werden. Wir reden davon, dass Backdoors in Systeme eingebaut werden. Dass natürlich Schwachstellen geheim gehalten werden, um sie militärisch ausnutzen zu können. Und das gefährdet natürlich auch diese Infrastrukturen, von denen wir abhängig sind. Und auch alle Systeme, die wir privat und sonst wo in der Firma nutzen. Wir haben weitere Bedrohungen. Das ist jetzt eher so diese friedenspolitische oder militärstrategische Sichtweise auf das ganze Thema. Wir haben eine Rüstungsspirale, die in Gang gesetzt wird. Also es gibt, glaube ich, 150 Staaten oder so, die inzwischen eigene Cyber-Einheiten in ihren jeweiligen Armeen aufbauen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben da eine Rüstungsspirale und wir haben irgendwo auch so ein Absenken der Hemmschwelle, in kriegerische Aktionen einzusteigen. Das hat wiederum zwei Ursachen. Das eine ist dieses Attributierungsproblem, was wir bei IT-Angriffen haben. Das heißt, man weiß gar nicht so genau, wo das wirklich herkommt. Es gibt dann vielleicht Hinweise, die man so ein bisschen sehen kann. Aber so richtig wie eine Rakete, die fliegt und die ist da gestartet und da irgendwo gelandet, ist das leider bei so einer Hacking-Attacke nicht. Man nutzt dann natürlich irgendwo einen übernommenen anderen Rechner als Bot und greift von da aus an. Also man kann das nicht so genau nachvollziehen, wo das herkommt. Das ist so das Problem, dass es sozusagen sehr attraktiv macht, so etwas einzusetzen, weil ich gar nicht so richtig belangt werden kann dafür. Ja, und es ist natürlich auch so, dass es sehr stark unterstützend ist und auch relativ billig ist. Ich muss meine Soldaten irgendwo hinschicken, das ist auch noch ganz klasse. Es ist eben ein integraler Bestandteil moderner Kriegsführung. Die Militärs reden auch von der vierten Dimension, also Land, See, Luftstreitkräfte und Weltraum ist die fünfte inzwischen, genau, ist dann auch der Cyberspace. Ja, und man muss auch sehen, das ist richtig Kriegsführung, was damit gemacht wird. Wenn ich Aufklärung mache, elektronische und rausfinde, wo zum Beispiel jetzt irgendwo ein Handy ist von irgendjemandem und dann hinterher eine Drohne oder sowas hinschicke, um den abzuschießen, werden da auch Menschen mitgetötet mit den Sachen. Das ist ganz normaler, integraler Bestandteil der ganzen Sache. Und was das Allerschlimmste ist, dass unsere eigene Bundesregierung gerne mitspielen möchte und man sieht es an ganz, ganz vielen kleinen tagespolitischen Entscheidungen, die das Rad in diese Richtung stellen, dass man immer mehr auch in diesen Kreis reinkommt. Der BND wird angewiesen, Schwachstellen zu kaufen. Wir haben ein bestimmtes Sicherheitsgesetz, was sehr interessante Sachen macht, Krypto-Diskussionen, die jetzt im Moment aktuell auf dem Tisch sind von unserem Innenminister. Ich glaube, das wisst ihr alle selber besser als ich. Ein wichtiger Punkt oder der wesentliche Punkt ist, dass wir uns im Prinzip schon in einer Phase oder einer Vorbereitungsphase befinden. Das heißt also, die ganzen Überwachungssysteme, die wir jetzt kennen oder kennengelernt haben, werden massiv dazu eingesetzt, also zum Überwachen, aber auch um Schwachstellen von Computersystemen, zu erkennen und damit automatisiert, hast du eigentlich ein bisschen schon erzählt, ja, Angriffsmöglichkeiten auszuloten. Ich habe dir jetzt was erzählt, was da steht. Das ist schon ein bisschen ausführlich. Gut, ja, auf Bionage folgt natürlich Manipulation. Das Ziel ist natürlich, Systeme so weit zu manipulieren, dass diese Systeme oder nicht mehr erkennbar ist, wo der Angriff oder wo alles herkommt. Und das heißt also, ich habe mich jetzt, du hast mich total... Ja, also wir haben eben ein paar Sachen schon gesagt. Also das eine ist, es werden Hintertüren eingebaut in Produkte. Wir haben das an mehreren Stellen auch gehört, dass, was war das bekannte Beispiel, RSA zum Beispiel, dass die einen schwachen Zufallszahlengenerator mal eben verwendet haben für ihre Verschlüsselungsprodukte. Es gibt auch Kooperationen oder man könnte das auch schon Kollaborationen nennen von Unternehmen mit dem militärischen Komplex. An vielen Stellen gerade amerikanische Unternehmen sind natürlich da auch in einem gewissen Zwang. Kann man jetzt sagen, ist es so freiwillig oder sie arrangieren sich oder sie werden dazu gezwungen über die Gesetzeslage wie den Patriot Act. Aber es ist auch egal. Aber letztendlich ist das ein Problem, weil die einfach an ihren Sachen entweder Daten zur Verfügung stellen von ihren Kunden oder in ihre Produkte irgendwelche Hintertüren einbauen. Ja, und dann gibt es inzwischen diesen tollen Schwarzmarkt, dass man halt irgendwo auf dem kriminellen Markt Schwachstellen kauft. Oder Wupen ist ja auch jemand, der das ganz offiziell als Geschäft betreibt. Also man darf sowas sogar legal machen. Das ist da noch interessant. Also bei Wupen ist noch ganz interessant, dass denen es ja jetzt nicht mehr schnell genug geht. Also Wupen ist ein Sicherheitstechnologieunternehmen in Frankreich. Und die forschen nach Sicherheitsschwachstellen, die sie dann an Geheimdienste beziehungsweise an Regierungen und so weiter und andere verkaufen. Also offiziell natürlich nur an die Guten, aber letztendlich lässt sich das kaum kontrollieren. Und denen geht es jetzt nicht mehr schnell genug. Und deshalb haben sie Frankreich gedroht, wenn sie jetzt weiterhin also irgendwie vorher das freigeben, dann würden sie halt auswandern und woanders hingehen, damit sie ihre Schwachstellen schneller verkaufen können. Also so ist jetzt Wupen gestrickt. Und ob sie jetzt tatsächlich nur an die Guten verkaufen oder ob es überhaupt Gute da in dem Zusammenhang gibt, ist einfach die spannende Frage. Meines Erachtens gibt es keine guten und es gibt auch keine Rechtfertigung, warum man Schwachstellen nicht veröffentlicht und sie schließt, sondern ausnutzt, um Cyberwaffen zu bauen. Die NSA, als so nun mal jetzt leider im Rampenlicht stehen, es gibt auch andere Geheimdienste, die sind ja auch nicht wirklich viel besser. Vielleicht nicht ganz so perfekt in der Arbeit, aber von einer moralischen Instanz ist das alles eine Soße leider. Die haben mehrere tausend Rechner von Privatpersonen und Firmen infiltriert. Ist auch bekannt, ist in den Snowden Leaks auch drin. Das heißt, die sind da eingedrungen und haben die übernommen und haben sich aber dann schön ruhig gehalten. Das sind im Prinzip Bots. Also ein richtiges Botnetz, wie das auch Kriminelle nutzen, um irgendwelche Denial-of-Service-Attacken zu machen oder irgendwas. Und das ist ihre stille Reserve-Armee. Das ist etwas, womit die angreifen können und es teilweise auch tun, um schon ihre jetzt bereits stattfindenden Angriffe zu kaschieren. Das heißt, es kann sein, dass die irgendwo auf dem Privatrechner oder auf einem Firmenserver irgendwo mit drauf sitzen und von da aus irgendeinen Angriff starten und man selber dann hinterher möglicherweise sogar die Konsequenzen kriegt, irgendwelche Probleme oder dass dann irgendwie jemand belangt wird dafür vielleicht sogar. Aber es ist vor allem so eine Art stille Reserve, die sie für zukünftige Aktivitäten auch einfach halten, dass sie erstmal alles irgendwo sich reinsetzen und das im Stand-by sozusagen zur Verfügung kam als Angriffsbasis. Zusammenfassend kann man einfach ganz knallhart sagen, zum einen werden wir vollumfänglich überwacht und zum anderen wird mit der gesamten Politik im Prinzip die Infrastruktur derart geschwächt, dass auch kritische Infrastrukturen, also von denen wir abhängig sind, wie Strom, Gas, Wasser und so weiter, im Prinzip Spielball von irgendwelchen Geheimdiensten und militärischen Einheiten sind und ich denke mal, das kann man nicht länger billigen, dass diese Politik fortgeschrieben wird und fortgetrieben wird, weiter betrieben wird. Also nochmal ganz kurz, das war sozusagen unsere erste These, dass diese Überwachung und diese Schwächung von Krypto und das Einbauen der Hintertöne eben nicht nur dazu dient, einfach überall rumzuspionieren, sondern es tatsächlich auch durchaus für den Ausbau der eigenen militärischen Dominanz gemacht wird. Das zweite Thema, was man jetzt mal sieht, die NSA ist eigentlich die größte Hackertruppe der Welt, auch die am stärksten mit Ressourcen ausgestattet, mit Geld, mit Personal, mit Know-how und was auch immer und die greifen natürlich nicht nur militärische Ziele an, das habe ich ja eben schon gesagt, die dringen Privatrechner ein und selbst wenn sie das machen würden, wir reden ja von Cyberwaffen, das ist letztendlich eine Malware, die eine Schwachstelle irgendwo ausnutzt, sich einnistet im Rechner, irgendwas dann tut und das Problem an diesen Sachen ist, dass die gar nicht nur auf militärische Ziele losgelassen werden können. Also wenn man sich den Stuxnetz mal als ein sehr prominentes Beispiel anguckt, der war ja schon sehr, sehr genau darauf konzipiert, in Natanz, glaube ich, diese Urananreicherungsanlage im Iran zu sabotieren, ganz klare militärische Aktion übrigens nebenbei, ohne völkerrechtliche Deckung und das Ding ist aber deswegen eigentlich uns nur bekannt, weil es ausgebrochen ist, weil es irgendwann auf einmal auf anderen Rechnern aufgetaucht ist und nicht nur in Natanz da im Kreis herumgezogen ist und das zeigt schon sehr schön, dass diese Dinge ein hohes Risiko auch für die nicht-militärischen Ziele darstellen. Dann, genau, man sollte auch klar sagen, wenn ich so eine Cyberwaffe einsetze und da irgendwo sowas angreife, das ist eine Kriegshandlung. Das ist, wenn ich das als Staat mache, ist das völkerrechtlich eigentlich ein Angriff. Ich sabotiere, ich mache ja irgendwas kaputt. Was haben wir da noch so? Genau, achso, ja. Die ganzen Sachen sind natürlich immer ein Beiwerk, auch wenn ich einen allgemeinen Krieg führe. Es wurde mehrfach schon überlegt, Dinge einzusetzen als Begleitmusik, zum Beispiel, als es damals darum ging, dass die USA den Osama Bin Laden da mit dieser Taskforce angreifen wollten, hatte man überlegt, ob man entsprechende Flugabwehr in Pakistan einfach elektronisch stört und das Ganze einfacher zu machen. Oder auch in Syrien wurde das diskutiert, es wurde ja nicht gemacht, weil man so ein bisschen Angst hatte, offiziell in solchen Konflikten das als erster zu machen. Aber wie gesagt, dann hat man gemerkt, bei Morganen passierte sowas durchaus schon. Aber eben nicht so im Rahmen eines offiziellen Konflikts, weil es eben dann natürlich sehr klar ist, wo kommt es eigentlich her und wer hat es gemacht? Es gibt auch Übungen. Wir hatten den letzten, wann war das vor einem halben Jahr oder so, ist in Österreich die zivile Luftsicherheit ausgefallen. Das zufälligerweise war in der Nähe eine NATO-Übung, wo man genau sowas geübt hat. Sie haben es nicht ganz offiziell zugegeben, dass sie es waren, aber es ist sehr naheliegend. Ja, dann eins muss man auch ganz klar sehen, dass diese Dinge im Menschenleben kosten, haben wir vorhin auch schon mal erwähnt. Die Drohnenangriffe werden über elektronische Aufklärung, über Ortung von Zivilgeräten, von Handys und ähnlichen Sachen, Rückverfolgung, möglicherweise auch von Satellitenverbindungen, werden die Zielpersonen geordet, werden Daten weitergegeben, werden geguckt, wo die sind und wo sie sich aufhalten, wird ausgewertet mit dem Spionage und dann wird die Drohne losgeschickt und dann ist jemand tot. Und meistens sind es nicht nur die einzelnen Leute, die man da gerade im Visier hatte, sondern auch viele Zivilisten und Kinder, die da mit überreisen. Also das zeigt auch schon, dass dieser Cyberwarfare nicht unbedingt ein sauberer Krieg ist, wie das immer so gerne verkauft wird, wo ja nichts groß passiert, da werden vielleicht ein paar Computer kaputt gemacht, sondern da sterben Menschen und nicht unbedingt nur die offiziellen Gegner. Da muss man auch eine Sache dazu sagen, moralisch ist es auch so, ohne ein Gerichtsverfahren jemanden zum Tode zu verurteilen und so eine Drohne dahin zu schicken und ihn hinzurichten, ja, ich sage mal, es ist hinterhältig, es ist gewalttätig, also eigentlich nach deutschem Strafrecht ist das Mord. Ja, das Attributierungsproblem hatten wir auch schon mal erzählt, es ist halt nicht so ganz einfach. Ah, okay, dann lassen wir das mal aus, hatten wir eben auch schon erwähnt. Ja, Forderungen. Wir haben Kernforderungen, das ist, die erste ist natürlich das Beenden der umfassenden Überwachung. Die wesentlichste Forderung, weil sie im Prinzip die Basis dafür ist, dass der Cyberkrieg stattfinden kann, dass die Leute unterdrückt werden oder nicht mehr unterdrückt werden, ist die Voraussetzung für Cyberpeace dann. Verzicht auf Entwicklung und Einsatz offensiver Cyberwaffen und Rüstungskontrollbestimmungen für Cyberwaffen und Überwachungstechnologien. Das ist ein wesentlicher Punkt, weil letztendlich momentan das zweite Ziel natürlich erstmal Rüstungskontrollbestimmungen und auch Kontrolle zu haben erstmal der naheliegendste Schritt ist, weil man kann sie nicht schnipp einfach abschaffen oder sagen, sie sind weg, auch wenn es unser Wunsch ist. Wir brauchen wirkungsvolle Maßnahmen zum Schutz der zivilen Informationsgesellschaft. Dabei ist man vor allen Dingen darauf angewiesen, dass man international miteinander kooperiert und bei Cyberangriffen halt nachschaut, wer es ist gewesen. Also Attributierung, haben wir schon erzählt, ist ein Problem und ist momentan nicht auflösbar und kann aber auch nicht von einem einzelnen Staat gelöst werden. Das heißt also, ich meine, wenn die USA irgendeinen Täter sucht, dann ist es halt immer China, sage ich mal, oder die Russen oder sonst was. Was anderes kommt gar nicht vor. Wenn es die Amis selber waren, die sich selbst angegriffen haben, weil sie sich halt irgendwie, ich sage mal, in Shanghai oder irgendwo sonst wo in China irgendwie sich niedergelassen haben und von Nord aus angegriffen haben, kann man das erstmal nicht nachweisen. Vor allen Dingen nicht dann, wenn die USA es allein untersucht. Es ist erforderlich, dass es eine Veröffentlichungspflicht von IT-Sicherheitsschwachstellen geben muss. Also nicht nur melden, sondern auch veröffentlichen. Also heutzutage der Status quo ist, auch wenn man in Unternehmen, ich sage mal, Penetration-Tests macht und irgendwelche Schwachstellen findet, muss man teilweise den Firmen, die man untersucht, versichern, dass man das nicht publik macht. Also auch selbst, wenn sie es nicht entfernen wollen. Weil ansonsten würde man einen wahnsinns Rechtsstreit an der Backe haben und das wäre dann zurzeit ein Problem. Würde es eine gesetzliche Veröffentlichungspflicht geben, dann müssten sich die Unternehmen dem unterwerfen und müssten das, wenn sie in Deutschland ihr Produkt vertreiben wollten, im Prinzip dazu stehen und müssten es veröffentlichen. Willst du was sagen? Nur einen ganz kurzen Kommentar. Wenn man eine Schwachstelle veröffentlicht, also irgendwo etwas, was man gefunden hat, wirklich aufmacht, dann entschärft man damit die Nutzung als Cyberwaffe. Das geht nicht mehr. Also natürlich kann ich es immer noch in eine Malware einbauen und Leute, die ihr System nicht patchen, kann ich damit auch noch angreifen. Aber ich sage mal, das Risiko sinkt also gleich um Faktor 20, 30, 40 nach unten. Weil dann kann man was dagegen tun, dann kann man das System schützen, dann kann man sich entsprechend dagegen wappnen und die Sachen absichern. Solange es unbekannt ist, ist es halt relativ schwierig. Also deswegen ist das sozusagen die beste Form, Waffen sozusagen zu entschärfen, also Cyberwaffen zu entschärfen, ist einfach Schwachstellen zu veröffentlichen, die genutzt werden von diesen Waffen. Ja und die letzte Kernforderung ist halt eine angemessene Ausstattung ziviler Einrichtungen zum Schutz von IT-Infrastrukturen. Zurzeit wird im Prinzip eigentlich das Gegenteil getan. Man schwächt die Systeme, damit man halt irgendwie per Geheimdienst oder Sicherheitsbehörde halt darauf zugreifen kann und mal gucken kann, was machen die da eigentlich. Aber im Grunde genommen müsste man genau das Gegenteil tun, man müsste sehen, dass die Systeme halt so sicher sind, dass im Prinzip keiner dort unberechtigt einbrechen kann. Also wir haben insgesamt 14 Forderungen, wir gehen jetzt mal ein bisschen schneller über ein paar Sachen drüber, weil die sich teilweise auch selbst erklären und bei einigen werden wir ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also man merkt so ein bisschen, dass wir ein Kind der Friedensbewegungen sind. Also wir haben hier mal so überlegt, was können denn eigentlich so Strategien sein, um wirklich, ich sag mal, eine defensive, eine friedenspolitische Alternative zu bieten zu dem, was ja im Moment passiert. Und das Erste ist erstmal so, dass jeder erstmal anfangen sollte für sich selber. Wir machen jetzt keine Erstanschläge und Angriffe mit diesen ganzen Sachen oder wir wollen überhaupt keine offensiven Cyberattacken führen als Staat. Das wäre mal eine Forderung, die da schon mal hilft. Und das geht auch so in die Zweitung darüber, dass es eine rein defensive Sicherheitsstrategie gibt. Also nicht das, was die Bundesregierung gemacht, dass man im Moment irgendwo bei der Bundeswehr eine Cyberhacker-Truppe da aufbaut, die halt versucht, da irgendwo reinzukommen mit mehr oder weniger mit großem Erfolg, man weiß es ja noch nicht so genau. Aber, sondern dass man halt sagt, Leute, das wollen wir eigentlich gar nicht. Wir wollen, wenn überhaupt, dann nur Systeme sicherer machen und eine defensive Strategie. Und wo wir gleich noch ein bisschen weiter eingehen, was wir uns unter Abrüstung vorstellen. Was gar nicht geht aus unserer Sicht, ist, dass man sagt, ja, ich bin jetzt hier irgendwie gehackt worden und jetzt haue ich mal militärisch zurück. Das ist auch die offizielle Sicherheitsstrategie der USA übrigens, ganz interessant. Die nationale Cybersicherheitsstrategie der USA sagt genau das. Also wenn wir mit irgendeiner Hacker-Attacke angegriffen werden, dann behalten wir uns durchaus vor, militärisch zu antworten mit konventionellen Waffen. Das ist auch das Einzige, was wir können. Dann wollen wir eine Genfer Konvention haben. Wir wollen bestimmte Aktivitäten als Kriegsverbrechen ahnen können. Wir wollen, dass das reglementiert wird völkerrechtlich. Das Thema, das war glaube ich vorhin auch schon mal in dem anderen Vortrag. Also da sind wir gar nicht so weit auseinander, denke ich mal. Und wir fordern auch Initiativen von der Regierung, dass die zum Beispiel Friedensforschung fördern. Dass sie bestimmte Initiativen, die sowas untersuchen, was kann man denn besser machen. Wie kann man vielleicht Untersuchungen, wer es denn wirklich gewesen ist, wenn man sowas macht, vielleicht sinnvoll, so dass das auch nachvollziehbar ist, auch für Dritte von außen oder so umführen oder ähnliche Dinge. Das wären mal interessante Ansätze, die da helfen würden. Und auch ein Punkt, wo wir gleich noch darauf eingehen, ist die demokratische Kontrolle von solchen Sicherheitsstrategien. Ja, das nächste ist auch was relativ Einfaches. Es wird im Moment sehr viel vermischt zwischen Cybercrime, Cyberwar, Cyber sonst was allem. Und Cyberterror ist auch noch so ein beliebter Begriff. Und da wird auch Hektivismus häufig drunter gesetzt. Also wenn ich anfange, sagen wir mal, mit einer DDoS-Attacke für zehn Minuten die Webseite eines Online-Shoppes oder eines Online-Anbieters lahmzulegen und danach wieder aufhöre, dann ist das für mich kein terroristischer Akt oder sowas oder eine Straftat, sondern das ist die Wahrnehmung eines Demonstrationsrechts im virtuellen Raum, wo diese Firma vielleicht auch nur agiert. Die kann ich schließlich nicht vor das Werk zu ersetzen und die blockieren. Das ist das eine Thema. Dann haben wir genau, die ganze Sprache, wir haben eben schon von Begrifflichkeiten gesprochen, die da sehr schnell auch mal durcheinander geworfen werden, was da alles so als Cyberwar gleich gilt. Da sind wir auch ein bisschen vorsichtig, da haben wir hinten auch ein paar Definitionen noch dran gehängt für die Leute, wie wir das verstehen hier. Und Schwachstellen haben wir eben schon gesagt, schutzkritischer Infrastrukturen, da müssen wir, die Betreiber viel stärker an die Pflicht genommen werden, als sie es jetzt getan wird. Es gibt zwar diesen neuen Entwurf für das IT-Sicherheitsgesetz, der geht uns aber an vielen Stellen nicht weit genug und an einigen Stellen sogar in die falsche Richtung. Cyber-Sicherheitszentren haben wir eben auch schon kurz angerissen, da kommen wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf. Und was auch sicherlich gut wäre, auch im Sinne einer defensiven Strategie, ist, dass man mehr Leute hat, die das Know-how haben, die Systeme besser zu schützen und dass wir auch viele mehr von den ganzen Infrastrukturen und den wichtigen Systemen mit freier und quellaufender Software machen und nicht mit Closed-Source-Produkten, wo Hintertüren schon eingebaut sind. Ja, was verstehen wir unter Abrüstung? Das Erste ist, haben wir schon mehrfach jetzt erwähnt, Geheimheiten, Schwachstellen müssen halt veröffentlicht werden. Aber wir fordern auch auf, dass die Nationen und ihre Regierungen halt im Cyberspace einfach wie auch in der realen Welt einfach abrüsten, dass sie einfach davon abgehen, Waffen zu bauen, um sich gegenseitig anzugreifen. Das macht schon im realen Raum sehr wenig Sinn, es macht aber im Cyberspace eigentlich noch viel weniger Sinn, weil wir miteinander so schwer miteinander vernetzt sind, dass es jetzt irgendwie Angriffe zum Beispiel auf ein multinationales Unternehmen können überall stattfinden, weil das multinationale Unternehmen halt in der ganzen Welt irgendwie IT betreibt beziehungsweise irgendwie Mitarbeiter in Indien hat, die diese Netzwerke warten, Mitarbeiter in Litauen haben, die die Server warten und so weiter und so fort. Und wenn dort einer dieser Teilnehmer angegriffen wird, ist das Unternehmen platt. Also macht es jetzt für Deutschland auch keinen Sinn, eine nationale Cyberstrategie zu machen oder ein deutsches Netz zu bauen, was angeblich sicherer sein soll. Also das ist Blödsinn. Ja, auch die ganzen Supply Chains, also die Lieberketten sind auch international speziell schwierig, das national zu leben. Und letztendlich muss es halt durch ein nationales Abkommen abgesichert werden, wobei ich manchmal nicht so ganz sicher bin, ob das überhaupt Sinn macht. Was? Internationales, nicht internationales Abkommen, weil Abkommen halten leider immer nur so lange, wie sich alle dran halten und von daher habe ich bei der USA momentan nicht so ganz so viel Hoffnung, wenn man ein internationales Abkommen machen, dass die es überhaupt akzeptieren. Die akzeptieren ja auch nicht den internationalen Menschenrechtsgerichtshof oder wie heißt das mal? Gerichtshof für Menschenrechte. Also von daher. Das ist auch noch ein Thema, was so, wenn wir als ITler unterwegs sind, auch gerade in so Hackergemeinden oder so, wobei so sehr schnell Fragen kommen. Ja, wenn ihr sagt, man darf nicht mehr hier brüsten, man darf sich mit Schwachstellen nicht beschäftigen und solchen Sachen, das ist nicht das Thema, was wir haben. Also wir wollen nicht, dass die offensiv eingesetzt werden. Wir wollen auch nicht, dass die sozusagen kriminell eingesetzt werden und geheim gehalten werden. Wir wollen aber, dass Leute hacken, dass Leute reingucken, dass sie offene Sicherheitsforschung machen, meinetwegen auch Metasploit und ähnliche Sachen benutzen. Das ist okay, wenn man sie nicht missbraucht, sondern eben einfach dafür, seine Systeme besser zu machen, zu lernen, warum die Sachen kaputt sind und sie vielleicht besser zu machen. Also das ist eher eine Frage, wie man das ganze Zeug und das Wissen, was man da als Hacker so ansammelt, einsetzt und für wen. Wir müssen langsam ein bisschen schneller reden oder schneller durchgehen. Ja, demokratische Kontrolle, also momentan ist das Status Quo, dass sich die Bundesregierung von BND beraten lässt oder halt irgendwie so tolle Unternehmen als Berater hat wie CSC, die im Prinzip als NSA-Kollaborateur bekannt sind und letztendlich die Bundesregierung die letzten Jahre in allen Themen, die sie jemals groß angegangen sind, irgendwie schlecht beraten haben. Sei es der Bundestrojaner, sei es der elektronische Personalausweis oder aber auch, jetzt zählt mir das Dritte nicht ein, egal, die E-Mail. Also kommt alles von denen. Und immer haben sie gesagt, ja, das ist alles rechtens und man erkennt die Handschrift wieder. Also sie haben halt einfach meines Erachtens eine ganz schlechte Berater. Aber egal. Es muss auf jeden Fall eine demokratische Kontrolle wieder sichergestellt werden und die Gewaltenteilung muss respektiert werden. Also wenn man jetzt die letzten Tage mal gelesen hat, hat der Bundesinnenminister mal wieder gefordert, man müsste ja das Bundesverfassungsgericht ein bisschen abspecken, damit die Gesetzentwurfe, die sie jetzt immer auf den Weg bringen, endlich durchkommen. Da fragt man sich, wer sitzt eigentlich in der Regierung und hat der nicht mal auf die Verfassung geschworen und kennt der sie eigentlich. Aber okay. Ein ganz wesentlicher Punkt ist, wir brauchen Cyber-Sicherheitszentren und zwar statt des BSI, das leider auch ganz eng verknüpft mit der NSA ist. Da gibt es alte, ja, Seilschaften, die noch aus Zeiten stammen, wo noch das BSI oder zum BND gehörte oder zum BND gehörte und da in der Schriftierfraktion saß und ganz enge, ja, Verknüpfungen bestanden. Die bestehen natürlich weiterhin noch und damit halte ich sie nicht für kompetent genug, um den Bürger vor irgendwelchen, ja, Sachen... Kompetent schon, aber nicht unabhängig. Nicht unabhängig genug, um sie zu schützen. Es muss eine Behörde sein, die auf keinen Fall dem Bundesinnenministerium untersteht, sondern unabhängig ist und sie muss konsequenterweise konsequent auf Frieden ausgerichtet sein und das Trennungsgebot natürlich von Polizei, Geheimdiensten und Militär muss konsequent umgesetzt werden. Ja, wie wollen wir die Ziele erreichen? Ja, also ganz kurz, es geht darum, wir haben ja die Kampagne gestartet, wir wollen natürlich Mitstreiter gewinnen und wir wollen Druck auf die Politik ausüben und wollen sozusagen mehr Leute dafür gewinnen, dass das Thema offensichtlich relevant ist für uns, für die Gesellschaft, für alle, eben nicht nur für die IT-Freaks, die sich mit diesen Themen doch so relativ häufig beschäftigen. Das muss uns gelingen. Ja, braucht man jetzt gar nicht mehr viel mehr zu sagen. Wir machen da schon eine ganze Menge Dinge. Wir haben eine Kick-Off-Veranstaltung letztes Jahr in Berlin gemacht, da gab es eine riesen Tagung vom Pfiff, zusammen mit dem Chaos Computer Club. Da waren über 500 Leute da. In dem Rahmen haben wir ein schönes Sankt-Martin-Singen gemacht. Wir sind zur BND-Zentrale gezogen mit selbst gebastelten Laternen und haben ein paar Friedenslieder dort gesungen. Kann man sich auch anhören. Machen wir jetzt aber nicht, weil wir nicht so viel Zeit haben. Genau das Motto dieser Aktion war, wir bringen Licht ins Dunkel. Wir haben schon ein erstes Video mal erstellt mit einer Medienwerkstatt für die Kampagne, da wird auch noch was weiteres kommen. Was eine ganz gute Sache war, Citizen Four ist ja in mehreren Programmkinos angelaufen und wir haben da vorher eine Werbung für die Kampagne geschaltet so ein bisschen, also zielrichtete Werbung. Und wir haben hier in München im Monopol auch eine schöne Podiumsdiskussion gemacht, eine Diskussion nach dem Film mit dem Publikum, das war glaube ich auch nicht schlecht. Genau. Ja, Kampag, wir sind auf verschiedenen Kongressen, Veranstaltungen schon mit Ständen und mit Vorträgen unterwegs gewesen. Da gehe ich jetzt auch mal ein bisschen schneller drüber, weil das Spannendere ist eigentlich, was machen wir jetzt als nächstes? Wir wollen auf jeden Fall bald ein In-Person-Meeting nochmal des Kampagnenteams machen, dass wir so eine Teambildung machen und die Leute, die jetzt mehr machen wollen, da wirklich zusammenholen. Im Moment sind das hauptsächlich Telcos, die ständig stattfinden. Und wir suchen ganz dringend einen Campaigner, falls jemand Interesse hat. Der wird sogar ein bisschen bezahlt, nicht besonders gut, aber dafür ist es für eine gute Sache. Wir werden demnächst das Blog aufbauen, die Pressarbeit noch weiter intensivieren. Und was wir auch machen, das ist auch noch so eine Sache, digitale Selbstverteidigung, das macht ja auch der FSFE und auch die Piraten weiß ich und auch der CCC und wir machen das mit denen auch zusammen, Kryptopartys organisieren. Aber auch so, wie stelle ich meine eigenen Systeme auf Linux um und mache das mit Free Software und nicht mit diesem ganzen Close-Source-Mist. Da können einige Leute noch durchaus die Hilfe von den Experten gebrauchen. Genau, was noch ein ganz wesentlicher Punkt ist, im Moment läuft ja dieses IT-Sicherheitsgesetz, was natürlich so diese Thematik auch behandelt so ein bisschen und da schreiben wir gerade eine sehr kritische Stellungnahme und sagen, was wir uns da eigentlich wirklich drunter vorstellen. Ein paar Konferenzen sind noch geplant, wenn weitere Ideen kommen von euch, gerne her damit. Wie macht man mit bei dem Ganzen? Klar, also natürlich erst mal aufklären, das Wissen weitergeben, was vielleicht ITler gerade auch haben. Wir können natürlich Unterstützung gebrauchen, wir haben tolle T-Shirts, wir haben Aufkleber, wir haben Buttons, wir haben Flyer, die man weiter verteilen und bestellen kann und tragen kann. Selber Aktionen vorschlagen, gerne auch dann dem zentralen Kampagnen-Team mitteilen, dann kann man das nämlich auch unterstützen und bewerben und sowas. Kryptopartys machen, anderen helfen, Software zu installieren, haben wir eben auch schon gesagt. Also falls jemand einen guten Campaigner kennt, immer her damit. und ja, das Pfiff nimmt auch Spenden an. Genau, die sind auch zu sehen, da sind auch noch die Links zu der Kampagne, wir haben eine Kampagnen-Seite, das können wir dann auch alles hier nochmal zur Verfügung stellen, falls die Leute jetzt nicht das abfotografieren oder abschreiben wollen. Da gibt es eine Mailing-List, da kann sie eintragen und mitmachen. Ja, Fragen? Ich habe eins. Ja. Also zunächst mal, danke für diesen rekordverdächtig schnellen und trotzdem ziemlich interessanten Vortrag. Ich muss sagen, mir ist euer tolles Logo, ihr habt heute aufgefallen, man merkt auf Mail-Listen, ohne HTML-Mails sieht man ja immer nur eure Signaturen, nicht die hübschen Logos. Ich habe keine HTML-Mail. Ich habe immer das Gefühl, dass wir in Deutschland den Vorteil der inkompetenten Behörden ein bisschen haben. Also zum einen, es mag böse klingen, aber wer da mal war, der weiß, es stimmt schon irgendwie. Also das BSI sind noch die hellsten Birnen, würde ich sagen, so von meiner Erfahrung her. Die NSA hat ein viel besseres Image scheint mir und ich habe es halt gemerkt bei Kampagnen auch vom CCC, Chaos macht Schule oder Jugend hackt oder so, wo man halt merkt schon, die jungen Leute haben nicht den Wunsch mal ins Cyberabwehrzentrum mit Schnurrbart, grauen Haaren und Lederjacke da rumzusitzen an alten Computern. Und ich glaube, die NSA hat ein viel krasseres, so Hacker-Toll-Image und hier haben wir einfach den Fall, dass das schnöde, langweilig und unterfinanziert ist, man auch mit so einem Beamtengehalt irgendwie kein Sys-Admin hinterm Ofen vorlockt. Würdet ihr diese Ansicht teilen oder seht ihr das inzwischen schlimmer oder schlechter sozusagen für die Freiwelt? Ja, ich bin da ein bisschen gespalten. Also ich meine, sie sind sicherlich in Teilen inkompetent. Also die BSI-Leute sind wirklich nicht schlecht. Also die haben auch wirklich, das muss man mal ganz schnell halt sagen, aber sie wenden es leider auch nicht immer für das Gute an und da ist eigentlich das Problem drin, dass die wenigen, die vielleicht noch gut sind, nicht unbedingt auf der richtigen Seite stehen. Also deshalb bin ich auch der Auffassung, dass das jetzt irgendwie das BSI für Bürger, also irgendwie ist nicht ehrlich, das ist irgendwie verschlagen. Und die anderen Abwehrzentren werden ja teilweise erst aufgebaut und man hat so ein, es gibt so ein Behördenwort dafür, so ein Anfangs, wie kann man, sie können Anfangsfertig oder so ähnlich, es gibt ein ganz komisches Wort dafür, also sie können, einsatzbereit, sind sie halt jetzt einsatzbereit, aber das heißt, dass sie einen Computer dort stehen haben und rechnen. Also es ist so, es gibt in Deutschland eine etwas andere Kultur als glaube ich in den USA, wo der Solitär sehr viel stärker in Schulen aktiv ist, reingeht, die Leute dort abwirbt, direkt die Informatikstudierenden irgendwo aus den Unis rauszieht und ähnliches. Das ist in Deutschland ein bisschen anders. Wir haben eben auch solche Institutionen wie den Chaos Computer Club, der seit 30 Jahren eine Gegenwerbung in eine andere Richtung macht, wie man IT auch anders machen kann. Das ist so ein Thema und da fehlen denen tatsächlich manchmal die guten Leute und das finde ich auch gut so. Trotzdem, was gefährlich ist bei unseren Diensten, das vergisst man immer sehr schnell, die sind ja letztendlich Handlanger und Mitarbeiter bei denen. Also die arbeiten ganz eng mit dem Zusammenhang der BND zum Beispiel. Das ist ja eigentlich nur eine Außenstelle von denen. Also in den neuen Papieren steht auch eindeutig drin, dass zum Beispiel ein Video von dem BND ist, halt die Bundesregierung davon zu überzeugen, dass man das jetzt mit den Datenschutzgesetz nicht so eng sehen soll, dass es besser ist, also wenn man die vernachlässigt und mit anderen Geheimdiensten kooperiert. Also wenn man die Dokumente mal genauer liest, findet man da ganz viele Issues, die darauf hindeuten, dass die Kooperation sehr eng ist mit der NSA und dass auch das Ziel ist, die Bundesregierung natürlich da in die richtige Richtung zu drängen. Dann bräuchten wir noch ein Mikrofon. Ne, das braucht ihr ja da oben. Verhalt das ruhig mal. Dann geht es hinten los und dann arbeiten wir uns langsam nach vorne. Die Frage an euch ist, wie weit seid ihr international vernetzt? Also geht das hauptsächlich über den CCC oder habt ihr auch Kontakte zu anderen Ländern? Weil das ist natürlich ein internationales Thema, globales Thema, das ist klar. Deswegen gibt es natürlich auch in anderen europäischen Ländern ähnliche Initiativen. Es würde sich doch sicherlich lohnen, also über auch eure Vernetzung ein, zwei Worte zu sagen. Also das FIF ist erstmal ein deutscher Verein. Wir haben natürlich auch im deutschsprachigen Nachbarland in der Schweiz und in Österreich Mitglieder. Wir haben auch teilweise im Ausland welche, die ein bisschen weiter wechseln, sogar Amerikaner, aber das sind sehr wenige. Vernetzt sind wir auf der europäischen Ebene. Wir sind Mitglied bei EDRI, European Digital Rights und sind da auch ziemlich aktiv. Ja, bei EDRI jetzt weniger, aber in dieser ganzen Bürgerrechtsthematik, da vernetzen wir uns. Wir waren zum Beispiel mit dem Thema auch bei der Freedom Not Fear in Brüssel. Da war der Stefan Hügel, unser Vorsitzender, auch da und hat da einen Vortrag zugehalten. Also das passiert schon und wir planen auch eine Konferenz in Wien. Das ist natürlich nur bedingt Ausland, sage ich mal, aus deutscher Sicht gesehen, aber immerhin. Ja, naja, also es ist halt so immer der Kulturraum immer noch, ne? Das wollte ich jetzt natürlich nicht gemeint haben. Nee, aber also jetzt im Sinne von international vernetzen wirklich andere. Also da ist immer diese Sprachbarriere, die sind auch ein bisschen da, aber nicht ganz so stark. Und bei daher ist das Thema immer noch so, wir haben die Folien auch alle, nicht alle, aber wir haben auch einen Folienvortrag auf Englisch auf unserer Seite. Wir haben auch den Flyer, der so ein bisschen die Kampagne weitertragen soll auf Englisch bereits und halten manchmal auch die Vorträge auf Englisch, haben wir jetzt heute nicht gemacht, weil wir das nicht so richtig geschnallt haben, dass wir es nicht machen sollen. Ja, also wir sind da offen für Kooperationen. Wir haben als eher so im Datenschutzbereich auch sehr viel international schon kooperiert. Jetzt bei dem Thema fangen wir erst an. Wir sind natürlich in der Friedensbewegung vernetzt und da gibt es natürlich teilweise auch Auslandskontakte. Mit der IFF? Mit Software Foundation? Arbeitet jemand bei uns im Team mit? Der IFF, oder? IFF, ja. IFF bestehen nur informelle Kontakte im Moment. Wäre aber mal interessant, das weiter zu forcieren, ja. Wie sieht das aus mit Cybersicherheit? Da wird ja momentan in der Gesetzgebung sehr auf Abwehr nur von Angriffen von staatlichen Akteuren geachtet, mehr oder weniger. Oder ist so angedacht, wäre es nicht eigentlich sinnvoll, man würde eine Förderung fordern oder eine Sicherheitsüberprüfung für Open-Source-Software, um sowas wie diesen Heartbeat-Bug zu verhindern, damit man damit wirklich eine Sicherheit und zwar für alle herstellen könnte. Das ist eine unserer Themen. Wir sind jetzt nicht auf alle Sachen eingegangen, die wir so fordern, aber auch Förderung von Open-Source, von Open-Source-Audits und Code-Reviews. Klar, das gehört natürlich auch dazu. Ich hatte ein bisschen vorhin Friedensforschung erwähnt, aber solche Sachen sind natürlich auch ganz wichtig, dass solche Dinge gefördert werden, dass man vielleicht sogar sagt, was sind denn wichtige, ich sage mal, Self-Defense-Strukturen. Es gab ja mal den Ansatz immerhin, dass Gnub-PG mal gefördert wurde, staatlicherseits. Das ist ja auch eines der wenigen Sachen, die erstaunlicherweise noch halten. Also von daher, das ist ein guter Ansatz und der sollte weitergetrieben werden. Das ist sicherlich die richtige Richtung. Wir haben auch bei den Vorschlägen zum IT-Sicherheitsgesetz mit drin, dass es halt nicht nur staatlichen Akteuren möglich sein soll, sich abzuschützen, sondern auch im Prinzip Unternehmen oder auch Privatleute. Da geht es halt auch einfach darum, dass, wenn man selber Webseiten betreibt, man im Prinzip eigentlich keinen Schutz haben darf, weil alle Werkzeuge, die man einsetzen könnte, um diese Webseite, ich sage mal, gegen Angriffe zu schützen, sind nämlich verboten. Also von Unternehmen werden sie teilweise trotzdem einfach eingesetzt, weil die halt sagen, wir müssen halt mal eine Netzwerkanalyse machen und müssen mal schauen, was da eigentlich passiert, um im Prinzip auch eine Vorbereitung eines Cyberangriffs erkennen zu können, muss man es analysieren. aber es ist offiziell nach dem Telemediengesetz momentan nicht erlaubt und im Prinzip würde man irgendwann mal die Schizophrenie haben, dass man, wenn man einen Angriff meldet oder bei diesen komischen Meldestellen melden würde, müsste man sich gleichzeitig anzeigen, dass man im Prinzip dafür Werkzeuge benutzt hat, die man eigentlich gar nicht benutzen konnte oder dürfte. Und das ist auch ein Vorschlag, den wir haben für das IT-Sicherheitsgesetz. Also konkret geht es darum, dass manche Werkzeuge zufälligerweise auch IP-Adressen erfassen und das ist nach dem Telemediengesetz gar nicht so ohne weiteres erlaubt, nicht anonymisiert und ähnliches. So, wir haben noch, ich sehe noch drei Meldungen, hier, dort und dort und wer danach noch, wir fangen eben hier an, dann du dann darüber und dann geht es. Astro Turfing bei euch ein Thema und wie seht ihr da die praktischen Probleme, wenn das auch nicht unbedingt erwünscht ist, Astro Turfing gerade im Zusammenhang mit Online-Protesten eigentlich erlauben? Also Astro Turfing, für die, die es nicht kennen, das ist eigentlich, dass man halt die falschen Identitäten annimmt, die gar nicht existieren. Also es wird zum Beispiel halt von gewissen Three-Letter-Agencies von den USA gern gemacht, dass sie zusätzliche Kommentatoren erstellen, die rein virtuelle Persönlichkeiten sind, und die aber von wenigen Personen gesteuert sind. Kein Thema bei euch bisher. Haben wir nicht diskutiert bisher. Wie möchten Sie das Verbot beziehungsweise die internationale Echtung von Cyberwaffen durchsetzen, wenn diese doch im Prinzip von jedem entwickelt werden können, der ein bisschen Programmierkenntnisse hat oder jetzt mal etwas enger gefasst von jedem, der ein Informatik-Diplom hat? Also das Ziel ist sicher lobenswert, aber ich meine, die Situation stellt sich da doch ein bisschen anders dar als bei richtigen Waffen, wo man ganz bestimmte Fertigungsverfahren braucht und Materialien und so weiter und so weiter. Also die Analogie trägt da nicht ganz so weit, würde ich sagen. Also ein Verbot ist natürlich jetzt ein wirkliches Langfristziel, weil sich das jetzt nach dem technischen Stand nicht umsetzen lässt, weil im Prinzip Proprietärsoftware nicht sich dazu eignet, um halt sie offen und transparent zu untersuchen. Aber wenn es nur offene und freie Systeme gibt, die man untersuchen kann und die auch untersucht werden, das ist ja noch ein Punkt, der momentan nicht so richtig betrieben wird. Es gibt zwar offene Quellen, offene Software und freie Software, aber sie wird halt nicht in dem Standard teilweise entwickelt, wie es Microsoft oder sonst wie tun, die natürlich ihre Sachen selber auch ganz anders testen können und dadurch im Prinzip selber schützen, indem sie es halt nicht veröffentlichen. Und damit sind natürlich die Möglichkeiten, Schwachstellen dort einzubauen, sehr groß. Einmal können sie es gleich selber machen oder angeordnet durch die NSA und in quellenoffenen Software ist es nicht mehr möglich und dann kann man auch nicht mehr so einfach Waffen bauen. Ja, also sagen wir mal so, es ist zumindest einfacher, Transparenz herzustellen. Wer hat das eigentlich gemacht? Wo kam es her? Wer hat es reingetan? In welcher Version? Das sind schon mal so Dinge, die man da auf jeden Fall verbessern könnte, wenn man auch auf diese freie Software geht. Es gibt eben auch die Möglichkeit, alles dann zu untersuchen. Eben, klar, wurde auch schon genannt. Es ist sicherlich ein langer Weg, aber ich glaube trotzdem, dass es sinnvoll ist, mal diesen moralischen Anspruch überhaupt erstmal an die Staaten, an die Politik zu richten. Ey, das ist doch Mist, das solltet ihr nicht wollen. Das solltet ihr einfach nicht wollen. Die Politik müsste in eine andere Richtung gehen. Nicht, wie kann ich möglichst gut irgendjemanden erschießen oder so, sondern wie kann ich vernünftige, sichere und verlässliche IT-Systeme für unsere Zukunft bauen. Und wenn man als Politik diesen Anspruch erstmal formuliert, dann wird es schon schwieriger, zu sagen, ich fahre bei einer Politik, dass ich Schwachstellen aufkaufe und dafür Steuermittel bereitstelle und ähnliche Dinge mache. Oder auch vielleicht sogar Forschungsprogramme in diese Richtung auflege. Fangen wir an damit. So, noch die letzte Frage. Zu der Meldepflicht. Zum einen, was für Fehler sollen dann gemeldet werden, nur die im Betrieb auftauchen, also zum Beispiel Konfigurationsfehler oder auch Softwarefehler im Quellcode selber. Also das ist immer nochmal ein Unterschied. Was für ein Typfehler, also nur schwere Sicherheitslücken oder ja, also es gibt ja verschiedene Grade da. Und vor allem, wer soll die Fehler melden? Also muss das dann auch jeder Forscher, der den vielleicht entdeckt oder nur Firmen oder Organisationen, hätte ich mal so einfach aus Interesse, was ihr dazu sagt. Ja, also grundsätzlich sind auch, ich sage mal, Programmierfehler, die vielleicht nur Speicher nicht wieder freigeben, wenn sie allokiert haben, irgendwann ein Denial-of-Service-Problem und können genutzt werden. Also grundsätzlich würde ich sagen, das ist ja auch der Vorteil, wenn ich sage, ich will möglichst freie und offene Software haben, dann kann ich darüber auch diskutieren, dann kann ich damit überall auch umgehen und das kann auch jeder sehen und nachvollziehen. Also grundsätzlich wird das für Robustheit und für Fehlerfreiheit, ist es wichtig, eigentlich alle Sachen anzugehen, auch besseren Code zu schreiben. Das ist natürlich auch so ein Ding und bessere, ich sage mal, Reviews zu haben und Code-Audits zu haben, die das vernünftig sicherstellen und vielleicht wäre auch sowas wie eine Haftung für Fehler auch mal nochmal ein Thema, über das man mal nachdenken könnte. Gibt es bei jedem Produkt, bloß nicht bei Software, komischerweise. Oder fast nicht. Ja, dann vielen Dank. Das war vielleicht das Schlusswort. Genau, das war das Schlusswort, war doch ein gutes. Wer noch Fragen zu Cyberpeace hat, kann die sicherlich gleich noch bei einer Mate stellen. Wir machen eine kurze Umbaupause wieder und dann geht es gleich weiter. Vielen Dank für euren Vortrag. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.